Wer da? Voll auf die Zunge, Scheiße. Was, EU Server 2 waren wir, ne? Alter Vater. Jetzt wurden wir gehört. Jetzt werden wir erbärmisch sterben. Okay. Im Inventar habe ich jetzt diverse komische Sachen drin. Cooked Red Meat, okay. Oder Iodine Pulse oder sowas. Fisch habe ich auf jeden Fall drin. Die Sonne geht unter. Sie warteten auf ihren Kameraden. Auch er schien irgendwie verschollen zu sein. Kev, hast du auf deiner Tastatur dieses Num-Pad? Also diese Nummern-Tastatur rechts? What? Hier ist Musik. Warum ist hier Musik? So ein Scheiß. Edit Settings. Music Sounds. Music 60%. Ich will gar keine Musik haben, so. Language. Warum ist das wieder auf Englisch? Ah, jeder, das auf Englisch muss. Hast du, ähm, auf deiner Tastatur, Kev. Da ist rechts, normalerweise, wenn das so eine, ja, Tastatur ist, so ein Nummern-Block. Da steht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus, minus, geteilt, mal, und da ist noch eine extra Enter-Taste. Hast du so einen Block? Dann nimm doch da die Null, äh, die, die, irgendeine Taste raus und setz die in O rein, falls die passt. Dass du wieder eine O-Taste hast. Alter, ich hab mir voll auf die Zunge gebissen. Das tut so weh, äh. Ja, machst du was? Ich hab grad schnell was gefuttert. Und grad im letzten Bissen, weißt du, schön gekauelt, so, kratsch, aber voll auf die Zunge. Versuch, die Taste irgendwie rauszubekommen. Müsst ja funktionieren. Aber wie mit einem Schraubenzieher oder keine Ahnung was. Rausklicken und dann einfach in die O-Taste reinsetzen, dass du das O besetzt hast. Bin immer noch im Überlegen, ob ich mir diese Orion-Tastatur holen soll. Ich mein, Tastatur ist ja auch schon ewig alt. Die erste G15 damals auf den Markt gekommen ist. Da, da hast du O. 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 Iiiiih, ich hab mein Shirt eingesaut. Jawohl, was kommt als nächstes? Tyrone, wovon hast du mitbekommen mit diesen, äh, äh, Microsoft-Updates? Irgendein net Framework könnte sein, dass dir noch fehlt. Dass deswegen dein Twitch-Stream nicht funktioniert. Es lädt immer noch nicht. Warum halt ich hab übrigens nachher, äh, ne kleine Überraschung für dich. Ne Überraschung für mich, okay. Mhm. Eine vorweihnachtliche Überraschung, ja. Eine vorweihnachtliche Überraschung, okay. Im Englischen hat das wirklich ganz komische Namen alles. Und im Deutschen übersetzt heißt es einfach nur Ofenkartoffel. Eben stand da irgendwas mit Pirl, keine Ahnung was. Ofenkartoffel. Ich habe die Neuen mit dem Messer rausgebrochen. Gebrochen! Hallo, easy! Ich mein, ja, er hat heutzutage nicht ein Messer an seinem Schreibtisch liegen. Ich mein, ich hab ja auch a la Crocodile Dandy schön ein Messer neben mir sitzen. Äh, ja, Schweizer Taschenmesser, hier. Genau, jetzt hat... Oh mein Gott. Ich hab sogar einen Zippo an meinem Dings liegen. Also ich mein, mein Schreibtisch sieht ja aus wie unter aller Sau, ne? Ich hab hier Tablet liegen, lauter Bonbons, ich hab hier Dosen, äh, ne, Flaschenöffner liegen, einige Tempo-Packungen, dann hab ich hier eine Taschenlampe. Also bei mir geht's noch, aber wenn ich nach links gucke, seh ich da so eine Wasserflasche, eine Chatella-Joghurt-Dose, äh, einen Captain-Morgen, ähm, Tabak, Butterfly. Eine Pfeife von einem Wettkampf, äh, Wettkampf, äh, Wegmann und ne Ulla-Mix. Oh, Wegmann, voll geil, lecker Wegmann. Jo, Kevin hat einfach mal so ein Butterfly an seinem, äh, PC liegen. Ich mein, wer hat das nicht? Ich hatte mal ein Springmesser gelegen, aber das ist gut gegangen. Mein Messer ist auch, äh, ein Springmesser gewesen, bis es dann weggesprungen ist. Ha, 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 ha. Und weg war's. Ja, genau, weg war der Witz. Ich hab immer gesagt, spring nicht, Messer, spring nicht, Messer. Und nochmal, flub, flub. Dann so, oh, miraaaat. Übrigens, zwölf Prozent. Zwölf Prozent? Ich hab den Patch nicht geladen. Achso. Ja, aber mir hat es auch ein bisschen gedauert, keine Ahnung. Ach. Wie gesagt, YouTube-Marin, ich weiß nicht, ob du mich hörst, sonst schreibe ich es dir nochmal. So. Ich kann YouTube gucken, aber keine Streams. Okay. Das ist echt komisch. Butterfly, my butterfly. Und my nightbot ist wieder nicht dabei. Ah doch, da ist er doch. Hast du übrigens gelesen, die wollen nightbot jetzt updaten. Die haben eingesehen, dass der total viele Fehler macht, immer wieder rausspringen und sowas. Und die starten jetzt in nächster Zeit irgendwann eine neue Beta. Ach stimmt, das war ja mit der geilen Schwimmanimation. Ich vergaß. Ach, kann ich jetzt wieder Schrägstrich bei wahrscheinlich eingeben, ne? Jawoll! So, was tun wir uns denn? Osser, Kitz. Du musst nur was anderes eingegeben haben. Medic. Hunter. Explosiv. Geh mal auf Hunter. 6 US Dollar. Please click the link below to continue. Kostet also alles. Tatsächlich werde ich auf eine Seite weitergeleitet. Das kostet wirklich. Real Life Geld. Wie lächerlich. Wozu sammle ich denn überhaupt? In-game, keine Ahnung, was. Custom NPCs update are viable. Klicke hier. Lass dann wieder zum Leuchtturm gehen, weil da neue Sachen sind vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Einige Cities auf jeden Fall durch. Ich würde gerne mal die ganze Karte langsam aufdecken. Noch einiges an Ortschaft, wenn ich so rauscrolle. Ich habe gerade mal einen Bruchteil von der ganzen Scheiße hier. Das ist das Kartenende. Das ist das Kartenende. Komplett aussieht. Ah, ich könnte ja auch auf dem oberen Bildschirm, aber ich will nicht. Barbos PL tötet Mr. Mini. Mit einem Revolver. Ah, scheiße. Ich wollte mich doch informieren, wie das mit den Gruppen einladen geht und so weiter. Scheiße. Ich hätte halt vergessen. Das ist eine Tatsache. Die Sachen schwimmen auf dem Wasser. Verrottetes Fleisch. Du hast keine Quest angenommen. Das ist mir schon klar. Ihr steht zu keiner Fraktion. Irgendwie muss ich aber doch... Oh, was klingt die da mit dem Regengeräusch? Ohpala. Alter. Ey. Ich mahne mich vor. Dankeschön. Alter, fucker. Oh Gott, ey. Herzinfarkt. Oh, so schnell kannst du gar nicht Mikro vom Newtoner. Äh, mit E. Oder war das F? Normalerweise mit F, aber irgendwie geht das nicht hier. Übrigens ist Muffin bei mir im Teamspeak. Bei dir? Ja. Ach, hatte noch gar nicht die Daten von hier, wa? Ach, mit rechter Maustaste geht das, Kev. Hier, ich leg's dir wieder hin. Mit rechter Maustaste drauf, genau. Ja. Ja. Ich bin ja. Oh, okay. Ich bin ja. In mir. Ich bin ja. Ich bin ja. Woher wartet ihr eigentlich? Bitte? Woher wartet ihr eigentlich? Auf dich und YouTube Muffin Wie wir ja gesagt hatten, wir wollten ja zusammen hier weiter starten Tipp, become a bandit, police or soldier, no Type, bye 54 willst du in den Club und sing, hey, hey Ist die ingame money, die kannst du bestimmt nur bei den NPCs benutzen Jump, 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 jump Ich habe einmal 64er Stack und einmal 90er Stack, äh 19er Stack Dann habe ich noch ein paar Waffen Oh, hier ist noch zu essen, ich sollte das mal sortieren Äh Da habe ich auch noch Kartoffeln Ok, 36 money Ok, das ist für das money Das ist für diese Waffe money Ich habe zweimal eine SIG Was habe ich denn hier noch für Waffen? SG 550 Das ist da für money Das ist da für money Cheater, cheater M14, money So, noch einmal hier Die SIG Das ist die Drakunov So, die kann da hin M14 money M14 money Das ist das 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 Ja, jetzt kann ich nicht mehr stehen. Warum das nicht? Entschuldige, die ganze Zeit. Hui, Mutti. Ah, okay. Durch die STRG-Taste zu drücken. Die linke. Die linke. Die linke. Die linke. Die. 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 Ah, so kann ich ranzoomen. Mit der linken Maustaste, okay. Krass. Hallo, wer ballert denn da? Hast du gerade geballert? Der linkt nicht mit der rechten Maustaste. Voll geil, kann man alles im Blickfeld halten hier. Du machst mir langsam Angst. Vielleicht kriegen wir Besuch von allen Ecken. Das ist gar mal ein Problem hier. Last Christmas. I'll give you my heart. Ich habe die Knarre. So, was habe ich denn hier noch? Eine R700. Dann habe ich noch eine SG-550. Und ein paar Magazine. Alles klar. Die Darkunov-Munition hier unten. Ich bin... Ich bin... Oh. Ich bin... ... 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 Also diese komische City da, die eingegrenzt ist. Da waren recht viele Leute. Hier in diesem Bootshaus war ein bisschen was an Zeugs. Bin ich mal gespannt. Ich bin hier irgendwie eher für rechts rum, aber gut. Rechts rum kommen wir auch weiter. Müssen wir nur gucken, dass wir irgendwie über die Brücke da kommen, ne? Oder wir schwimmen unten lang. Schwimmen. Jetzt im Music Store, weil ich in der Nase boh. Hey, was hast du vor? Boah, nicht weiter. Ah, da sind noch Inselgruppen, sehe ich gerade. Bin ich mal gespannt, ob da drauf irgendwas ist. So ein kleiner Campingplatz. Ich weiß nicht, dass es eine Bohrinsel gibt. Echt, okay. Mhm. Dann ist das Original fast so gemacht wie der 7-App, ne? Weil da gibt es auch das Gefängnis. Äh, langsam gebe ich auf. Braucht man noch was außer den Flash Player und Net Framework? Normalerweise nicht. Wenn du YouTube gucken kannst, müsste das eigentlich auch funktionieren. Und es könnte natürlich sein, dass wenn du einen Stream aufmachst, du erst was bestätigen musstest am Anfang. Dass du deswegen nicht schauen kannst. Das hast du manchmal, wenn du das erste Mal in Stream reinschaust. In Stream reinschaust. Ach, ihr hört das ja nicht. Das ist ja nicht. Was wird schon wieder duster? Wie schnell das hier geht? Achtung. Wow, Cap. Den Sound. Bitte? Ja, das ist der Ring. Ja, das habe ich auch wieder ausgestellt. Nee, ich habe gerade eine Melodie. Ja, ja, habe ich auch wieder ausgestellt. Keine Ahnung. Komm auf einmal. Warum ist das auch immer wieder so laut? Ich habe das alles... Ja, nach dem Update. Keine Ahnung. Der Server leicht nachleckt. Ja, so wie beim letzten Mal. Wie soll man da was treffen, wenn wir jetzt irgendwo jemanden treffen? Das ist jetzt gut Glück. Vor allem, ich habe eh total Probleme hier mit der Dunkelheit und so weiter. Grafikeinstellungen. Ja, irgendwie ist das momentan ein bisschen kacke. Helligkeit düster, Helligkeit 69%. Ich habe es nur auf 69% gehauen, Helligkeit. Leute, wenn man auf Kevs Augen vor einer Seite drauf guckt, dann sind die einfach nur grün. Hm, ich weiß. Ich auch gesehen. Voll creepy. Dann gehören die also zum Hut sozusagen. Hm. Nice one. Alles gut, Kev, alles gut. War gerade in den Einstellungen, habe aber nichts gefunden. Ansonsten probiere ich mal einen anderen Browser, ansonsten habe ich keine Ahnung. So. Wir hatten jetzt geballert. Kev. Da würdest du sagen rechts weiter, oder? Achtung, Spieler vor uns. Wo? In den Wald gefunden. Beistück. Beistück. Krass, einer hat auf jeden Fall getroffen. Ja, hier liegt einer tot. Ey, mega lecks. Ihr leckt mir nur davon gerade. Einer ist tot. Wo seid denn jetzt hin? Kev steht noch hier. Ich stehe hier. Ich stehe hier oben. Ah, hier. Alles klar. Ja, guck gerade halt, dass der nicht wieder zurückkommt. Ja, das ist mega leck gerade. Also ich habe jetzt tierische Probleme gerade. Womit, wie konnte man nochmal looten? Äh, mit rechter Maustaste. Aber das Ploppt total spät, der ist auf. Das ist eine Kacke. Lass mal hier am Strand weitergehen, würde ich sagen. Okay, da hat einer Schaden bekommen. Was? Schaden? Ja, da hat gerade einer irgendwie Au oder so geschrien. Wo ist Kev? Kev? Ach, da hinten an der Leiche noch. Moment, niemals stehen bleiben. Ich bleibe nicht stehen, ich bewege mich die ganze Zeit. Aber mein Server legt nach. Ja, bei mir leckt der auch nach. Also irgendwie ist das ein bisschen unspielbar gerade, finde ich. Ja, ist es auch, definitiv. Manchmal geht es, manchmal nicht. Jetzt gerade, also jetzt gerade Kev war mir flüssig. Nee, ihr portet euch immer wieder nach vorne. Also jetzt geht es bei mir. Es ist nicht so extrem wie gerade, aber es ist halt immer noch da. Mhm.